Willkommen zu einem brandneuen Let's Play, nämlich zu The Magical Quest Starring Mickey Mouse. Gut, es ist kein neues Spiel, aber es ist ein Spiel, was ich in Mario Kart 8 schon erwähnt habe, was ich mir damals als Kind immer schon gewünscht habe. Ich habe es nie in dem Sinn bekommen, aber nicht aus Böswilligkeit, sondern weil es eben nicht ging und habe es mir über Ebay damals gekauft. Und jetzt spiele ich hier für euch die Emulationsversion, denn die ist grafisch natürlich viel mehr da als ja. Gut, dann würde ich mal sagen, ich fange doch mal an. Man kann sich verkleiden, man spielt immer Mickey Mouse, man muss Pluto, den Hund retten und man kann sich verkleiden. Schau mal, was man so einstellen kann. Ja. Ah Mann, bin ich gar nicht gewohnt, dass man mit Start alles einsetzen muss. Level auf leicht, man weiss ja nicht. Ja, halten, schiessen, halten, schiessen. Und natürlich Stereo. Spielt das irgendwie? Ja, natürlich. Damals Stereo Mono, also das höchste an Gefühlen. Hehehe. Gut. Nehmals ist gespeichert. Ich habe auch im Notfall und Safe State, aber den will ich eigentlich nicht unbedingt benutzen. Dann legen wir doch gleich mal los. One Player! Micky und seine Freunde spielen Ball im Park. Ja, Seabank, ne? Hier kommt ein toller Ball. Micky! Tolle, toll geschrieben, ey. Schweret mir ganz schön hier. Hehehe. 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 Hiergeblieben. Ludo, stopp! Keine Sorge! Micky! Wie holt ihr Bludo zurück? Hab' ihr echt saaren gelaufen, du Tebel! Hehehe! Zorgen? Wer' ich besorgt? Oho. Wer' ich so besorgt? Oho. Wer' Goofy sagt, er holt ihn? Oho. Dann bitte ganz bestimmt! Höchstwahrscheinlich! Oh, Pluto! Hier, Herr Pluto! Bist du bloß, Junge? Junge, Junge, genau! Oh, er fällt! Und... Voll comicartig! Er ist ein Bösenbaum gezwitschert worden! So, so sieht das natürlich die Weltkarte aus hier! Gut, wir sind ja oben links! Dann schauen wir doch gleich mal, was los ist! Ne? Stage 1! Wipfel! Ja! Schön auf Disney-Schrift! A2! Fettisch! Level 1, 1... Oh, und ihr schickt mich da! Oder wer rumjummen kann! Nicht rennen? Aus irgendeinem Grund kann ich nicht rennen! Wieso kann ich nicht rennen? Man konnte doch rennen! Oder nicht? Naja... Aber ich kann nicht greifen! Und... Das war's auch, glaube ich, schon! Alter, ich hab das irgendwann mal gespielt und... Geh weg da! Fui! Achso! Ich... Eh! Ja! Was muss ich denn noch? Okay... Platsch! Hier tut mir nix! Gut! Kann ich da euch auch irgendwie... Hallo! Was soll denn das? Achso! Was soll denn das? Achso! Ich dachte gerade, was soll denn das? Ich dachte gerade, was soll denn das? Ne! Okay, okay, okay! Eh! Dich nehm ich noch! Mann! Ach, dich kann ich drauftampeln! Und dann... Wasch! He he! Ich glaube, sie spawnen immer wieder! Und das Gemüse natürlich auch! Sehr schön! Hey! Geh weg da hoch! Hey! Pfui! Okay! Okay! Ja, okay! Oh okay, komm 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 komm! Ach das geht gar nicht, das ist doch, bleib weg da! Und BAM! Ja voll die Radare hier! Hallo? Hallo? Niemand da? Ahohohoh! Ich suche meinen Hund! Hallo ich suche meinen Hund! Bluton! Haben Sie ihn gesehen? Ja, dann wurde er gekinappt von dem grausamen Herrscher dieser Welt. Ich beate doch Katakallo. Im Original übrigens Black Pete, aber mir gefällt Katakallo auch viel besser. Er wird ihn nie wieder freilassen. Ja, dann sehen wir doch mal. Ich beate doch Katakallo? Ja? Er wird einen bösen Fluch über Blut verhängen, wie er es mit all seinen Gefangenen macht. Ich warne dich. Seine mächtige Magie verleiht ihm ungeheure Kräfte. Versuche ja nicht, dir einen kleinen Hund zu retten. Doch, Marie, weh ich dich selbst in Sicherheit. Nein, Blutus, mein Freund. Nein, Sieg. Ich werde ihn nicht im Stich lassen. Oh, sagen Sie mir, wo ich Imperator Katakallo finde. Oh. Wenn du darauf bestehst. Folge den Statuen des Imperators eine nach dem anderen. Sie markieren den Weg zur Burg. Vielen Dank. Bis bald. Oh. Ich werde magische Truppen im ganzen Land verteilen. Sie werden dir helfen, wenn du in Schwierigkeit steckst. Viel Glück und höre dich von der Magie des Imperators. Und Tschüssi. Ja, wir schauen hier nach unten. Das war ja damals. Aha. Okay. Ähm. Sie kann uns ehrlich mal sagen. Tust du mir was? Frechheit. 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 Pssst. Okay. Hier. 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 Bäm 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 Und... Ich auch noch Ey! Nimm doch! Bang! Sooo... Ja, mir gefallen auch so alte, ur alte Suppen in der Spielersaison. Ich find's geil! Juhu! Alles aufmammt von hier! Was macht ihr eigentlich so? Seid ihr für was gut? Oder nur zum... Meine Münze... Ah, runter... Runterpökeln! Nein, wir sind hier nicht bei... Äh... Anderen Spielen, ich muss mich ein bisschen in der Zunge zügeln Aha! Aha! Kommt der nochmal? Bäm! Ist das alles? Boim! Hoi! Okay... Das ist irgendwie effektiv, hab ich das Gefühl Äh... Nein! Nimm mich mit! 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 Ja! Hey! Moment! Ich will! 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 Boim! Äh! Greifen noch! Immer schon greifen! Sooo! Aber ich will! Ist da... Ist da irgendwas? Ach, das居neсте... Ne? Oder? Nöööööö! Ich hab das irgendwann mal vor 2–3 Jahren kurz gespielt, aber ich konnte... Ich hab das bis zum boss geschafft. Aber nicht mehr weil... Irgendwie... Ja... Hat mir das Spiel. Ist mir abgesoffen! Ne, 20 Jahre alte Spiel canon... Das kann schon mal passieren. Mönzen. Mönzen. Oh, fürst du mich hin? Blöde Sau. Kommt das nochmal? Ah, du nervst. Geh weg! Ja, das ist noch da. Glaub ich am besten so, oder? Und greifen. Greifen! Halt, ich hab doch gedrückt! Das Spiel veräppelt mich mal wieder. Oh Mann, wir sind noch nicht einmal über das erste Level raus. Oh Gott. Ich dachte, das Spiel mache ich in 3 Parts durch. Aber so wie ich mich anstelle wieder sehe ich 30 Parts. Los, 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 los! Mann! Was ist denn da hoch? Gib mal weg da, du nervst. So. Junges Gemüse! So, und jetzt greif! Ah, das ist auch gut. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Okay, ja, ich soll mal hier alle sein. Was ist denn? Hey, Sauber verschwindet wieder. Hey, nein, 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 ich wollte doch da Tschapen, hallo! Ach komm, die Münze, leck mich. Die nehme ich jetzt nicht mehr. Okay, ich denke mal hier kann man auch noch hoch. Ja, come on. He he. Okay. Ein Herz! Ein... Dingsbumsherz. Ich habe einen Herzcontainer gefunden. Juhu! Ja, ist kaputt. Ich bin irgendwie zum Unfall. Ja, seitdem ich letztes Spiel... Also, als ich das Spiel natürlich über E-Magen gekauft habe, für laue Idee, habe ich das natürlich in einer Stunde durchgespielt. Also, da war ich noch nicht letztes Blöd. Dann war ich eigentlich noch... Durchgerannt. Ah! Was machst du? Pfui! Das ist blöd gewesen. Bleibt sich da noch ein Stück, du Trottel. So, ein Leben haben wir weg. Das macht aber nichts. Wir haben genügend. Ja, also normalerweise... Ich bin ja nicht Fan von ihm, so leicht durchzuspielen. Aber... Flüsslich zu bleiben will ich hier nicht. Unnötig! Okay. So kommt mir. Schon. Okay. Juhu! 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 Oh Gott, das kann ich. Oh Gott, das kann ich. Okay. Juhu! 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 Bludi! Glied, Glied, Gng! Hein, m... Haaaa! Aaaaaaaaaaaaa. Muss das wirklich sein? Gut. Bin ich unnötig? Ich bin ja von vorne anfangen. Das heißt... Sonst hätte ich das jetzt Micheam gemacht. showing up, Alter, wieso gehst du mir weg? Mann! Ah, ok. Herrlich. Alter, ihr seht das nicht, aber ich habe eben den Bildschirm gestretched. Und deshalb ist für mich der Mario... Hallo? Der Mickey meint für mich so eine halbe Miley. Ah... Danke, 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 danke! Arsch! Blödes Arsch! Ich habe das Arschgesicht. Kann ich da rüber? Scham! Ah ja, wie ist das? Habe ich schon so? Ich habe so geschautet. Ich bin verloren. Ok, pass, pass, hier kommt ein Boss, das weiss ich. Ja, alle Gegner sehen aus wie Karte Karlo. Ist doch geil, oder? Hey, was willst du? Bleibst du mal weg? Pfui! Du musst mir gar nichts! Du musst mir gar nichts! Komm her! Komm! Ach, Mann! Kamerabau... Bleis holen wir! Komm jetzt! Boing! Komm jetzt! Boing! Die schwerste Taktik je... Ever... Eines Bosses! Komm her! Boing! Ha! Schau, ist du blöd, eh! Äh! Bleib hier, du Sackgesicht! Ah, hab ich gesagt! Ah, blöder Sau! Was bist du? Hey! Fass dich nicht in die... In die Hose, du! Du... Ich kämpfst! Komm her! Komm her! Ah, Mann! Wieso lässt du das los? Alter, wieso fassst du dir in die Hose, wenn ich gegen dich kämpfe? Was für dich? Komisch! Mann! Du... du nervst! Cool! Alter! Ich... 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 Ich stinke hier noch... Ah! So! Leck mich! Ich mach Selbsttät! Ja, ja! Es geht doch so! Es geht doch so! Es geht doch so! Es geht doch so! Ha! Boah! Der mich veräppelt! So! Wo hast du das Level geschafft? Jetzt? Gut! Warte! Oder war... äh... Ja! Ich... Also ich muss das mal so sagen! Ich hatte ganz am Anfang eine universelle Komplettlösung! Mö! Das heißt, es gab alle Volksegól с prawden neue Spiele und dieses Spiel war da drin! Immer sah man so… Dieses Stadion und ich fand das einfach so episch damals, ne! So 1993, ich mein ich war da noch keine 10 Jahre alt. Ich fand das einfach immer episch. Kann ich da mal auftönern? Nein! Machen wir wieder zurück? Nein! Ein Weg! Ok, er sieht aus… As hat man hier nen Wasserlevel! Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Wasserlevel nicht so mag? Ich glaube schon. Okay... Also... Okay... Oh, ich dachte, sein Herz... Blödheit und Blödheit, wenn ich tun würde... Was willst du denn? Hat er mir was gemacht, die blöde Sau? Hat er doch... Ja, ja... Hat was von Donkey Kong Country... Returns on Tropical Freeze... Na, was mach ich denn mit dir? Das hier... Dankeschön! Und ich seh's gleich mal selbst direkt... Man weiss ja nie... So blöd, wie ich mich im Moment anstelle, man weiss ja nie... Übrigens, wirklich schön gemacht, ja, das Comic-Look und so... Ich find's einfach schön... Na, du da unten... Was willst? Was willst? Ah... Mann! Nerv nicht... Alter, tu's mir überhaupt was... Ich hoffe, du tust mir nichts... Ich schaff's noch, ich schaff's noch... Ey... Okay... Mann, Mickey Mouse, universelle Lebensräder, aber kann ich mal schwimmen... Hey! Voll das hier! Hey! Ihr wollt wohl... Stunke haben mit mir, ne? Ich furze euch an! Pff... Ne, Quatsch... Okay, okay... Ich weiss schon, ihr wollt mir alle an dir... Hallo! Patrick Stark! Hallo! Ich bin doch nicht der Spongebob! Ja, der weiss, dass ich nicht der Spongebob bin, deshalb... Greift er mich an... Ey! Ey! Lass doch, lass doch los! Wieso lässt der blöde Hund das nicht los? Mann! Blöde Sache... Danke noch ein Leben! Vielen hässlichen Dank! Weißt du was? Mach' im Safestate! So! Denn... Ich will hier nicht ganz von... An... Anfang! Wieder anfangen! Geh' weg! Pfui! He! 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 Ach! Und ihr wollt mir ja mal ins Leder, oder? Hier... Hier... Boing! Boing! Hey! Ihr konntet hier überspringen! Aber ich hab' gar nicht gewusst! Geil! Und du nimmst das jetzt nicht wieder! Nein! Lass' es schön rein! Ja, komm' her! Boing! Komm' mir vor wie die Football-Chunks! Ne? Doing! Kann ich das irgendwie neben hier so? Mit dem Leben, oder so? Du! Ich weiss immer was ihr mit hier macht! Das hier! He! He! Nicht mal leben da! Was ist das für'n Geizhaus-Level? Halte! So was in meinem Alter, was ich noch erlebe? Ne? Ich speichern mal! Okay! Ich weiss, dass hier kommen könnte! Und es kommt auch! Riesenspinne! Der Boss! Okay! Ne! Es ist nicht die Spinne! Es ist... Was bist denn du? So! Ein Leben! Habt ihr das gesehen? Er hat so ein Leben verloren! Nein! Kannst du vergessen! Es ist nicht noch so wütend werden! Uh! Ich hab Angst! Ey! Also eigentlich hätte ich dich jetzt am Kopf treffen sollen! Du Dämmel! Na gut! Komm her! Mann! Wieso funktioniert das nicht? Das ist beschiss! Ich fühl mich echt gedisst! Ups! Ich bin doch... Ich bin doch... Was sollte ich denn tun? Na gut! Ich hab genügend Leben! Boi! Ha! Friss! Stirb! Ich glaub nicht! Der stirbt wirklich! Das... Das glaubt jetzt vielleicht gar nicht! Aha! Was willst du denn? Fett! Zieh dich! Au! Hörst du mal auf damit? So! Langsam! Geht dir der Arsch doch auf Grundeis oder? Das war jetzt! Ach! Ich hab ihn noch getroffen! Seht ihr? Der Geist ist also immer entdeckt! Das heisst, dass er ist tot! Tut mir leid! Ach wieso? Ja! Okay! Gewonnen! Oh! Wipfel geschafft! Bonus! Gesamtpunkt D! Geil! Schön! Sauber! Ja! Safe! Gut Leute! Ich sag in diesem schönen Abschnitt sag ich mal! Wenn's gefallen hat! Daumen hoch! Abonnieren! Wir sehen uns im nächsten Part! Bis Jenny! Tschüss!